Kulturelles Erwe zu erforschen ist wichtig für die Gesellschaft, weil wir nicht nur Träger von Kultur sind, sondern auch von ihr Getragene. Nur wenn wir wissen, wo wir herkommen, wissen wir, wer wir sind, wo wir sind und wie wir die Zukunft sinnvoll gestalten können. Gerade in Zeiten des rasanten technologischen Wandels ermöglicht unser kulturelles Erbe, dass wir uns unserer Herkunft bewusst bleiben. Ich bin davon überzeugt, dass unser kulturelles Erbe großes Potenzial hat für gesellschaftliche Kreativität und auch für Innovationen. Und dieses Potenzial wollen wir durch gezielte Forschung erschließen. Die Sammlungen an Hochschulen als Ressource für Forschung und Bildung konnten vollkommen neu entdeckt werden. Ich denke, es ist wichtig, Objekte zu erforschen, weil sie eben über das Leben der Menschen etwas aussagen und über das Zusammenleben der Menschen. Der Mensch würde ohne Objekte ja gar nicht seinen Alltag bewältigen können. Es lässt sich eben sehr viel über den Alltag, auch gerade vergangener Epochen, daran ablesen. Dieses Forschungsprojekt ermöglicht mir tatsächlich, alte historische Skelette in die aktuelle Forschung zu integrieren und damit nutzbar zu machen. Das BNWF-Förderprogramm hat mir persönlich ermöglicht, dass wir uns in dem Projekt mit einem der wichtigsten Themen der nächsten Jahre beschäftigen können, nämlich mit dem Zusammenhang von Digitalität und Wahrnehmung. Über das Programm selber ist ein Diskurs entstanden, den es so wahrscheinlich nicht gegeben hätte. Und dadurch entsteht einfach ein Bewusstsein darüber, was eigentlich in der eigenen Disziplin, in der eigenen Universität entstanden ist. Und es entsteht sofort ein Diskurs darüber, wie einzigartig das eigentlich ist, welches Potenzial das eigentlich hat. Es folgt eine Reflexion über das Fach. Und ich denke, ein oftmals unterschätzter Aspekt ist tatsächlich sozusagen diese internationale Sichtbarkeit, die dabei kommt. Das ergibt ein ganz neues Verständnis, glaube ich, auch der Öffentlichkeit dafür, was Wissenschaft tatsächlich leistet. Und es ermöglicht ihnen gleichzeitig über diese Objekte dann auch an diesem Diskurs einfach teilzuhaben. Gemeinsam mit Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen erforschen die Museen nun verstärkt kulturelles Erbe. Wichtig ist aber ebenso, dass die Menschen von den Ergebnissen dieser wichtigen Forschung erfahren und sich auch damit auseinandersetzen können. Also diese Förderung durch das BMBF ermöglicht uns, dass diese tolle Farbstoffsammlung ihr Dasein als nummerierte Fläschchen in Kisten im Keller beenden konnte. Und wir den darin vorhandenen wissenschaftlichen Schatz, nämlich zu verstehen, wie die Chemiegeschichte, die Geschichte der chemischen Industrie, aber auch die Gesellschaft Farbe wahrgenommen hat, die Welt wird bunt. Ich denke, es ist dabei wichtig, dass man solche Objekte dann in Substanz erhält, weil wir durchaus vielleicht aus diesen Dingen in 100 Jahren Informationen rauskriegen können, die an die wir heute noch gar nicht denken, die aber essentiell sein können. Dieses Bergwerk hat eine tausendjährige Geschichte. Die Digitalisierung ist wichtig, weil wir bestimmte Bereiche festhalten, die vielleicht zukünftig gar nicht mehr betreten werden können, die vielleicht für immer der Menschheit verloren gehen würden. Indem wir diese Bereiche im Computer vorliegen haben, können verschiedene Personen aus allen Ecken der Welt darauf zugreifen und können auch damit forschen und auch weltweit einen Vergleich erzeugen. Dadurch lassen sich völlig neue Ansätze für die Forschung entwickeln. Wir haben es geschafft, dass Museen in der Forschung stärker werden. Es hat sich bewährt, das kulturelle Erbe interdisziplinär zu erforschen. Museen, Bibliotheken und Sammlungen an Hochschulen bewahren unser kulturelles Erbe. Und damit haben diese Sammlungen einen wissenschaftlichen Mehrwert, der aufgearbeitet werden soll. Sie sind kein totes Erbe. Und nur so können sie unserer Gesellschaft dann auch zugutekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017